Hey Kevin, was machst du? Das kann es doch nicht sein. Was denn? Wenn du den Zug verpasst, musst du eine Stunde warten, bis der nächste kommt. Ich setze mich ein für bessere Digitalisierung und Mobilität in der Region. Mein Name ist Kevin Brunholt. Ich bin der Kandidat für den Kussel-Grohn.